Wenn ich Bock auf etwas hatte, habe ich immer darauf fokussiert und so, das mache ich und ja, ich muss vielleicht dreimal so gut sein wie alle anderen oder viermal so doll kämpfen um diesen Platz irgendwo, aber das ist halt so wenig groß geworden. Was ich aber an brutalen Kämpfe mega toll finde, wenn die Gegnerin, die geschlagen wurde, kann sie vielleicht mit einem Augen nicht mehr sehen, sie steht aber auch auf dem Kampf weiter. Ich habe nie mehr vorgestellt, dass ich jeweils nach Deutschland komme. Das war unmöglich für mich. Ich habe gesagt, ich bin in den Bergen, werde ich sterbe ich oder sterbe ich. I'm an Amazon and you can be one too If you wanna, all you gotta do Is stay true to your beautiful colors I'm an Amazon and you can be two If you want to